Das ist ein Sahnekännchen aus feinstem Porzellan. Das ist das neue feine Kännchen von Bärenmarke. Dort muss man Kaffeesahne einfüllen. Hier nicht. Das eine kann tropfen, das andere nicht. Wo man Folie braucht, hat das feine Kännchen einen Patentverschluss. Das eine steckt voller Erinnerungen, das andere voll feinster Kaffeesahne. Manchmal wird einem die Entscheidung wirklich leicht gemacht. Feines Kännchen von Bärenmarke. Das wiederverschließbare. Untertitelung des ZDF, 2020